Es wird Zeit für ein neues Video, und zwar eine Kanalvorstellung für euch. Los geht's, Intro ab! Jupp Leute, das wird ein neues Format sein auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um MRP Zone. MRP Zone besteht aus einem Jungen, und zwar Philipp, der 13 Jahre alt ist. Und noch einen Freund, der aber nicht bei jedem Video dabei ist. Also MRP Zone gehört nur dem Philipp. Und die beiden haben noch einen weiteren Kanal, und das heißt PT2000 Group. Da machen beide, also das gehört den beiden. Aber MRP Zone gehört nur auf Philipp. Und er macht meistens so Videos wie zum Beispiel, ähm, Neun Arten von Fußballern. Das ist mein absoluter Favorit, und auch von ihm das beliebteste Video bisher. Ach genau, und, auch richtig lustig, 10 Dinge, um zu sterben. Ich musste da so lachen, weil da Dinge dabei waren. Oh Gott! Bisher hat der MRP Zone, also Philipp, 186 Abonnenten. So, und dieses Video ist extra für ihn gemacht, so als Support. Geht auf seinen Kanal, und, naja, abonniert ihn, schaut ihn an, gebt ihn ein Like. Und, wir sehen uns nächstes Mal. Bis bald und, ciao! Raaah! Raaah! Musik 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 Das ist doch nicht wahr!